BR 2018 Dein Termin ist in sechs Wochen. Wenn du bis dahin die Rad nicht bezahlt hast, musst du hier raus. Bis zum nächsten Mal, komm! Haben Sie noch irgendwas aus dem Wagen rausgeholt, bevor es gebrannt hat? Sie? Wer ist hier noch? Niemand. Du bist ja ganz allein auf dem Hof. Nein. Ich habe 21 Schweine, 3 Säue, 17 Ferkel. Ich wusste gar nicht, wie fest die Federn an so einem Hund dran sind. Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich bin krank. Es tut mir leid. Könntest du in Zukunft kotzen, ohne dich zu entschuldigen? Ja, das mache ich.